Was dagegen, wenn ich mich... Nein, bitte. Und? Hast du eine Freundin? Ja. Du hast gezögert. Hatten wir eine kleine Krise. Siehst du aus, als ob ich eine Krise hätte? Also jeder, den ich kenne, hat eine Krise. Ich weiß, die sollte mein erstes Erlebensmittel kriegen, aber ich glaube, mit unserem Stoffwechsel ist was passiert. Mit unserem Stoffwechsel? Ja, sicher. Dann, was du hier machst? Just thinking. About what? Okay, ich denke, ich muss mich sorry für was passiert. Ich bin sorry. Ich glaube nicht. Komm schon. Aus der Front ist unsere Haus-Warmen-Party. Ihr Party. Lea, ich liebe dich. Nein. All du liebe ist, dass du eine Sender von Tension bist. Ich kann nicht mehr so sein. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. So, was du versuchen, zu sagen? Ich werde jetzt gehen. Jetzt? Während der Party? Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Ich bin so tired, dass du den All-Wan-Out bist. Bis zum nächsten Mal.